Musik Freiberg spielt heute gegen ESV Dresden. Herzlich willkommen die Gäste aus Dresden. Die Zuschauer erwarten ein interessantes Spiel. Wie sehen die Spielerinnen das? Ja, wir freuen uns auf das erste Spiel der Saison. Wir sind gespannt, wie es läuft. Und wir freuen uns, hier im schönen Freiberg zu sein. Im Vorfeld hat man schon gute Aktionen gesehen. Wir hoffen das Beste. Wir werden es jetzt im Spiel genauso machen. Und noch besser. Wir freuen uns drauf. Danke. Gerne. Eine, 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 eine. Wir freuen uns. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Applaus Applaus Schade, wie die Annie beim nächsten Eignen. 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 Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.